Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerd-Herz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag Nerds, hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge des Mindcast. Hallo Markus. Ja, Tag Nerds und Tag Christian. Hallo, 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 welcome to the stadium. We are ready to go, we are ready to rumble. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Hallöchen. Okay, Markus hat ein bisschen zu sehr viel amerikanische Sachen gesehen, habe ich das Gefühl. Er wirkt ein bisschen texanisch. Sollte ich jetzt Markus nennen oder? Yes, Joe, please do that. Okay, Markus, dann werde ich jetzt in meine Werbestimme rüber switchen. Hallo John, hast du das schon gesehen? Oh mein Gott! Wie diese richtig krassen, alten, original englischen, aber einfach deutsch, overdubten, so QVC-Commercials, Alter, wow, richtig ätzend. Ja, großartig, ich habe sie geliebt. Weil die einfach so overplayed waren. Ja, also das ist wirklich Voice-Over aus der Hölle, ey. Hallo John, hast du das schon gesehen? Und das zu diesem Preis, wow! Ja, auf jeden Fall. So, wo wollen wir eigentlich hin mit unserem Chaos? Ja, wo wir gerade quasi bei älteren Fernsehsendungen sind. Ja, wir sind wieder bei den 80er, 90er Cartoons angelangt. Wir hatten ja 2021, ich sag mal, den ersten Teil gemacht und ja, jetzt zum Start des Jahres dachten wir uns, ach, machen wir doch einen zweiten Teil, so nach zwei Jahren. Ja, das ist ähnlich wie beim Werwolf-Wanderweg, das hat ja auch ein bisschen gedauert. Ja. Aber man muss sagen, wir werben jetzt ganz viele Sachen auf dieses Jahr. Ja, ja, die Ideen gehen aus, wir müssen wiederbeleben. Ja, ja, ja. Also ihr werdet jetzt jede Menge Zombie-Folgen, die schön in euer Öhrchen dann so machen. Ich mache das ganz einfach, ich lade die Folgen einfach alle neu hoch und schreibe einfach eine andere Nummer davor. Ja. Fällt eh keiner. Das wär's. Merkt eh keiner. Genau. Wir machen immer das Intro einfach individuell und dann so nach zwei, drei Minuten kommt dann einfach die originale alte Folge. Wär schon hart dreist. Wäre mega dreist. Meinst du, das würde jemandem auffallen? Haben wir so aufmerksame Zuhörer und Hörerinnen? Ah doch, wir haben doch eine geile Community, die darauf bestimmt kommt, wenn wir das machen. Ich glaube auch. Wir probieren es vielleicht einfach irgendwann in einer der nächsten Folgen mal aus vielleicht. Vielleicht fällt es euch auch wieder. Wie die ganzen Twitch-Streamer. Wie so eine Schnitzeljagd. Ja, wie die ganzen Twitch-Streamer, die dann so ihre Wiederholungen laufen lassen, um immer noch Subs und Abos farmen zu können. Ja. Ja gut. Nee, wie gesagt, wir würden gern nochmal über 80er, 90er-Cartoon sprechen, weil in der letzten Folge vor zwei Jahren das so war, dass wir bei weitem, bei weitem nicht alles abbilden konnten, was wir eigentlich abbilden wollen. Fast schon drei Jahre her übrigens, ne? Also 9.5.21 war die Folge. Stimmt, stimmt. Ach, rechnen kann ich auch nicht mehr. 2024 kann ich nicht mehr rechnen. Yay! Sind wir auf jeden Fall schon näher an den drei Jahren dran, als an den zwei Jahren. Ja, das stimmt allerdings. Ja, auf jeden Fall ist mir persönlich damals, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, nach der Folge dann so aufgefallen, ach, das hast du nicht angesprochen, das hast du nicht angesprochen, das hast du nicht angesprochen, ging gar nicht. Und ja, seitdem hatten wir das sowieso schon so quasi in unserer Folgenliste, dass wir das nochmal wieder aufnehmen möchten und heute ist es soweit. Heute bekommt ihr noch mehr 80er und 90er-Cartons, über die wir sprechen werden. Naja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Jahreswende geschuldet, dass man so ein bisschen in der Midlife-Crisis wieder angekommen ist und sagt, ach, wieder ein Jahr rum, lass uns in die Vergangenheit blicken, dann müssen wir uns nicht mehr der Zukunft auseinandersetzen. Ganz genau, ganz genau. Der Gegenwarts-Christian möchte gerade weinen. Naja, ja, ja. Ach ja, ach ja, was soll ich sagen, was soll ich sagen. Ja, für euch gab es ja bereits schon eine neue Folge in diesem Jahr, die Folge Metal für Kinder, Minecraft Folge 203. Die hatten wir allerdings ja schon vor Jahresende aufgezeichnet für euch, damit wir einen seichten Start ins neue Jahr haben. Dementsprechend ist das hier tatsächlich so die erste Reel in 2024 aufgenommene Folge. Das einfach nochmal so für euch als Randinformation und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr alle gut reingerutscht seid und so weiter. Alle munter, fidel und gesund. Wir haben auch schon das erste Feedback bekommen zu den letzten Folgen, also von daher vielen Dank an euch. Wir haben euch alle lieb, fühlt euch gedrückt, fühlt euch geknuddelt und wer möchte auch einen kleinen Arschbohrer. Okay, den Arschbohrer nimmst du bitte. Nee, ich nehme den nicht, ich gebe den. Also wir nehmen jetzt keine Arschbohrer von den Hörern. Ja, egal ob geben oder nehmen, ist mir scheißegal. Scheißegal, okay. Ja, wenn du Einläufe verpassen willst, mach es. Oder immer Franziaboot. Einlauf, ungleich Arschbohrer. Aber okay, das können wir vielleicht in einer anderen Folge klären. Lass uns doch mal direkt einsteigen. Du hattest eben schon gesagt, dir ist es nach der Folge so eingefallen, ah, das habe ich nicht, das habe ich nicht und so weiter. Das ist ja oftmals bei den Folgen ein Problem, wo wir uns dann auch so vier, fünf einzelne Einträge von irgendetwas beschränken. Da könnten wir ja in der Regel solche Nissen grenzenlos weiterführen oftmals. Auch sei es jetzt Lieblingsgames, Lieblingsmucke oder sonst irgendwas. Von daher würde ich das jetzt einfach mal als dezente Fortsetzung sehen. Denn auch während der Folge ist uns mit Sicherheit schon aufgefallen, dass wir da das ein oder andere noch fortführen könnten. Wir verlieren uns ja auch gerne mal in Diskussionen und kommen dann so ein bisschen weg vom Thema. Entschuldigung, ich möchte dich korrigieren. Du verlierst dich gerne mal. War schön mit dir, Christian. Du reißt mich nur mit. Wir sehen uns in 2025. Ach ja. Nun gut, ich fange einfach mal an. Ja, fange an. Fange einfach mal an. Und zwar einen Cartoon, den ich früher sehr gerne gesehen habe. Also vielleicht kurz vorweg, ich habe so ein bisschen überlegt, welche habe ich gerne gesehen, habe mich jetzt mehr so auf das Positive beschränkt. Also der Folgentitel ist ja eher allgemein, könnte jetzt ja auch negative Einträge sein und so weiter. Meine Einträge sind durchweg eigentlich positiv. Habe aber versucht, das so von so ein paar Seiten zu beleuchten, um einfach mal zu schauen, was hat mir daran gefallen und so weiter und so fort. Schauen wir mal. Also, mein erster Eintrag für heute ist tatsächlich etwas, das, denke ich mal, ja, so gut wie jeder kennen dürfte, der in dieser Zeit Kind oder Jugendlicher war. Oder vielleicht auch schon junger, oder vielleicht auch schon junger, erwachsener und somit ein bisschen älter als wir. Und ja, ich sag mal, nicht ganz abgeneigt war dem etwas abgedrehteren, spaßigeren. Und zwar geht es um ... Ah, das hast du sehr schön vergewaltigt. Ja, wie ein schreiendes Schwein lief es durch den Flur, als ich es gesummt habe. Ich rede natürlich von Pinky und der Brain. Ein, ja, Cartoon, der sehr amerikanisch ist. Liegt daran, dass er aus Amerika kommt, Überraschung. Oh nein. Aber ich fand die Idee damals sehr cool. Ich hab das als junger Bub in dem Alter so ein bisschen so wahrgenommen, fast schon wie so, also so ein bisschen, was heute für uns so Rick and Morty ist, eher so Cartoons für Ältere. Weil das ja so ein bisschen, ja, nicht so Ren and Stimpy-mäßig war, aber so, ja, wie soll ich sagen? Ja, der Humor war schon dunkel. Ja, also es hatte so ein bisschen was Düsteres. Also ich hab so Cartoon für ältere Kinder aufgeschrieben, weil das damals so ein bisschen mein Gefühl war. Das war so ein bisschen was für Größere. So, das war jetzt nicht so der Anfänger-Cartoon, mit dem man eingestiegen ist sozusagen. Und ich mochte immer sehr gerne daran. Also erst mal die Frage, kennst du es natürlich, ne? Natürlich. Klar, gut. Nur um das mal klarzustellen, einfach damit wir wissen, weil ich weiß noch, in der letzten Folge warst du ja ein, zwei Mal sehr enttäuscht von mir. Ja. Ja. Ja, war ich. Wer es noch nicht gehört hat, es gibt für diese Folge als kleine Vorbereitung, als kleines Recap, vorab veröffentlicht im Discord-Server und auf unserem YouTube-Kanal. At Mindcast Podcast, youtube.com slash at Mindcast Podcast, gibt es ein kleines Recap aus der letzten Folge. Eine kleine Mini-Zusammenfassung, wo ihr euch nochmal so ein paar Highlights der Folge reinziehen könnt. Dauert nicht besonders lange das Ganze, zwei, drei Minütchen oder so. Und da könnt ihr ein paar Highlights aus über einer Stunde Folge raushören. Kann ich nur empfehlen. sind ein paar lustige Momente dabei, aber das haben wir ja geklärt, du kennst es, dementsprechend kann ich ein bisschen auf die Details eingehen, warum es mir gut gefällt. Und zwar, ich mochte super gerne dieses Chaos in der Serie irgendwie, das waren ja im Prinzip zwei Laborratten, ja, das war ja so die Grundprämisse, die scheinbar irgendwie solchen Experimenten ausgesetzt worden sind, so hab ich das zumindest immer verstanden, dass der eine plötzlich superintelligent wurde, so. Und das war dann, Überraschung, Brain, dann gab's noch den Narf, Pinky, der so ein bisschen, ja, vielleicht war's auch eher so, dass das Gehirn von Pinky auch noch in Brain transplantiert wurde, vielleicht auch das. Jedenfalls war Pinky eher so der blöde Treudove, sag ich mal, der Sidekick von Brain. Brain war so der böse Oberschurke sozusagen, aber aus unserer Perspektive auch der Held der Geschichte mit Pinky zusammen, ja, der die Weltherrschaft an sich reißen wollte. Und das fand ich einen total witzigen Perspektivwechsel irgendwie, weil das, der Oberbösewicht, sag ich mal, der Schurke, was auch immer, ist jetzt einfach nicht der, keine Ahnung, der klassische KGB-Agent oder der super Laser-Strahlen- verschießende Feuerriese aus Magmahausen, sondern einfach eine Laborratte. Und das war einfach irgendwie eine ganz neue Prämisse irgendwie. Das war einfach strange, das war komisch, das war merkwürdig und das mochte ich irgendwie. Ich mag ja merkwürdige Sachen, deswegen bist du ja auch hier. Dementsprechend ... Ach, schön, dass du mich direkt als Brain nachstellst, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Ja. Nee, hab ich dir schön in die Wiege gelegt, diese Worte, ne? Ja, absolut. Mit so psychologischen Tricks wahrscheinlich oder so. Nein, also das Ding ist, ich mochte irgendwie diesen Perspektivwechsel, wie wir begleiten eigentlich nur so zwei Labormäuse und ich fand's irgendwie schön, dass die immer versucht haben, die Weltherrschaft mit irgendwelchen Plänen an sich zu reißen. Am Ende hat natürlich irgendwie doch immer das Gute gesiegt und es war irgendwie einfach was Nettes, Unbeschwerliches und auch sehr kurzweilig. Ich kann mich auch an keine einzige Folge erinnern. Also ich weiß, ich könnte dir zu keiner Folge irgendwas sagen, was da passiert ist oder so. Ich weiß auch nicht, ob die groß von ihrem Käfig sich immer entfernt haben. Ich weiß, dass sie immer so ein bisschen in diesem Labor rumgelaufen sind, aber ich könnte jetzt bei bestem Willen nicht mehr sagen, ob die irgendwie auch mal irgendwie draußen unterwegs waren oder so, keine Ahnung. Aber ich fand's immer sehr lustig, unterhaltsam und kurzweilig. Deswegen ist das auch so eine Liste, also ein Eintrag in dieser Liste von Cartoons, die ich in dieser Zeit einfach sehr, sehr gerne mochte. Wie stehst du zu, Pingi und Brain? Ja, eher neutral, sagen wir es mal so. Ich fand's nicht schlecht. Ich fand's nicht schlecht. Allerdings gab es jede Menge Cartoons, die ich doch lieber geguckt habe, aber einfach mal so, um zwischendurch sich bedudeln zu lassen, fand ich's absolut in Ordnung. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt nicht so 100 Prozent mit connecten konnte, kann ich dir jetzt so ad hoc nicht sagen. Aber ich fand's stabil. Es war auf jeden Fall nichts, wo ich jetzt sagen würde, nee, hab mir gar nicht gefallen, aber auch nichts, wo ich sagen würde, das war jetzt so das Überding für mich. Ja, okay. Also für mich war's jetzt auch nicht so, dass das Erste, was ich unbedingt sehen muss, oder das darf ich auf gar keinen Fall verpassen. Aber ich fand's einfach schön, weil's einfach mal so was anderes war. Also so vom Grundgedanken her und das hat mich, glaube ich, einfach so ein bisschen da dran gehalten. Okay. Was hast du uns denn mitgebracht an Numero 1? Diese Liste übrigens in keiner bestimmten Reihenfolge oder so, das ist jetzt nicht unsere Top-1-Platzierung oder so, sondern wahllos. Ganz genau das. Ja, auf, oder als erstes würde ich gerne über einen Cartoon sprechen, den wir in der letzten Folge ganz minimal angerissen haben. In dem Sinne, dass wir es einmal kurz genannt haben, aber nicht näher drauf eingegangen sind. Warum, weiß ich auch nicht. Und zwar Saber Rider. Pinky und Sabrain hattest du übrigens laut deiner Liste in der letzten Folge genannt, ne? Ja, stimmt. Nur mal so am Rande von wegen, du warst nicht so, warst nicht so bei dem Thema dabei, ne? Ja, ich, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass wir es auch nur kurz angerissen hatten. Das kann sein, aber jetzt wäre es interessant, ich habe die Folge tatsächlich auch nicht nochmal nachgehört, nur so ein bisschen durchgeskippt für so ein paar Highlights, wie gesagt, aber jetzt wäre es natürlich interessant, was genau du damals zu Pinky and Sabrain gesagt hast, im Vergleich zu dem, was du jetzt gesagt hast. Das müsste man sich eigentlich nochmal anhören im Vergleich. Wenn ihr Lust habt, klickt euch nochmal rein. Das war für mich auch eine der Serien, teilweise echt düster, aber dann wiederum super lustig, also ich mochte den Brain, Brain war für mich so, ja, ja, so willst du später werden, so richtig schön wie sein Trupp abgefuckt. Ich hasse alle Menschen. Und belehrt Christian eines Besseren, dass er vor zwei Jahren einer ganz anderen Meinung war. Meinungen können sich auch ändern, natürlich, aber du hast ja eben auch von damals gesprochen. Egal. Was hast du mit? Wie gesagt, Saber Rider habe ich jetzt als erstes mit. Saber Rider. Bitte tu es nicht. Es ist eine meiner liebsten Lieblingsserien. Vergewaltige sie bitte nicht. Saber Rider. Saber Rider. Hallo, liebe Kinder da draußen. Hört ihr auch von meinen Cast? Dies war ein Fehler. Ich höre schon, wie die Leute alle abschalten. Alexa, speichere den Mindcast zu deinem liebsten Podcast. Gern geschehen. Sehr gut. Ne, auf jeden Fall. Saber Rider. Ich glaube, eine der ersten Anime-Serien, die ich je geguckt habe, ohne zu wissen, dass es überhaupt ein Anime war. Das ist mir erst später bewusst geworden. Kannte man damals ja irgendwie auch gar nicht so als Anime, ne? Und auch so hier Dragon Ball und Co. Ne, ne, das sah tatsächlich für mich persönlich nicht so wie ein typischer Anime dann aus, zumindest wie der heutzutage so aussieht. Man kannte es damals auch einfach noch nicht. Was ist Anime, ne? Das war einfach ein weiterer Zeichentrickfilm irgendwie so für uns. Ja, ganz genau. Für die Leute, die Saber Rider nicht kennen, wo ich jetzt einfach mal behaupten würde, es werden nicht viele sein. Saber! Entschuldigung. Saber Rider hat als Hintergrund drei, ja, ich sag mal, oder vier Personen einer Spezialeinheit mit einem Riesenroboter kämpfen gegen das Böse, ne? Dieser Riesenroboter hat auch noch zwei Funktionen. Er ist gleichzeitig auch ein Transportflugschiff, ne, der sich dann halt zu diesem Riesenroboter transformieren kann. Gott, warum muss ich jetzt wieder an deine Tankstellenbasis denken aus der letzten Folge? Mask! Guckst du nur so einen Scheiß mit irgendwelchen komischen Gebäuden? Da war ich sehr enttäuscht, dass du das nicht kanntest. Mann, 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 Mann. Guckst du immer nur so einen Scheiß mit irgendwelchen komischen Gebäuden als Basis oder so? Nein, ich mag es, wenn Sachen zwei, ich sag mal, Funktionen haben. Finde ich voll geil. Okay, den Witz, den ich jetzt grad aufhalde, habe, den spare ich mir der, ei, ei, ei. Gut. Genau, lass ihn bitte aufhalde. Ja, 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 ja. Nee, und was mich prinzipiell daran fasziniert hat, waren die, ja, war die Action, die Weltraumkämpfe, ne? Ähm, dann die Geschichten rund um Ramrod, was dieser Flugzeug-Roboter-Hybrid ist, ne? Ähm, die Transformation selber, ne? Diese, diese ganze Szenerie, die gibt mir heute noch tierische Gänsehaut, ich weiß nicht wieso, aber das ist so, oh, geil! Ne, und, ähm, ja, die, die Geschichte daran hat mich halt super interessiert, ne? Ich mag, das, das wirst du auch später noch merken, ich mag, ähm, diese Mischung aus Wildwest-Szenerie in der Zukunft, ne? Ja, ähm, was da ja auch wieder gegeben ist, ne? Wie bei der letzten Folge, ähm, die Galaxy Rangers, ähm, hast du das ja auch hier bei Saber Rider sehr, äh, angerissen, ne? Das ist halt auch wieder so ein bisschen Wildwest-mäßig, aber, äh, mit, ich sag mal, Laser-Kanonen, ne? So, so, um, um, mit dem Stil so ein bisschen zu brechen, ne? Und das hat mich super fasziniert und, äh, das fasziniert mich bis heute immer noch, ne? Ich guck ab und zu mal via YouTube in so ein paar alte Folgen rein, ne? Ich hab auch die DVD-Kollektion natürlich hier stehen. Ne, ähm, ja, hat mir früher Spaß gemacht, macht mir heute immer noch zwischendurch Spaß. Wie sieht's bei dir aus? Hast du's geguckt? Ähm, ja, das ist so ein Ding, das kenn ich auch auf jeden Fall, aber ich glaube, das war so, so irgendwas, was ich entweder immer verpasst habe oder aus irgendeinem anderen Grund sehr, sehr wenig gesehen habe. Ich kenn es, aber könnte da jetzt nicht wirklich inhaltlich irgendwie mich mit dir drüber unterhalten, ehrlich gesagt, weil ich da ganz, ganz wenig Kontext zu habe. Also ich kenn's, ich weiß auch grob, worum's geht und so weiter, wie du auch erklärt hast, aber, ähm, so jetzt ins Detail gehen oder sagen, was ist mein Lieblingscharakter oder so oder, oder was passierte so ungefähr in den Folgen, könnte ich überhaupt nicht sagen, tatsächlich. Also ich glaub, da gab's einfach Sachen, die, die entweder vielleicht zeitgleich auf einem anderen Sender liefen, die ich besser fand. Ja. Oder, ähm, irgendwas hat mich vielleicht auch nicht gereizt oder, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich hab's einfach nicht wirklich geguckt, tatsächlich. Aber es hat jetzt keinen bestimmten Grund, den ich jetzt im Kopf hätte. Was ich mir vorstellen könnte, ist es vielleicht, dass es dir so Helden-Pathos-mäßig nicht so gefällt. Weil, was ich gemerkt habe bei dir ist, dass du einfach so so ein bisschen, äh, ja, den Faible für eher schwarzen Humor zum Beispiel hast, ne. Und, äh, Saber Rider ist ja so das absolute Gegenteil davon, ne. Das ist ja so dieser Helden-Pathos, ne. Rechimian mochte ich ja auch nicht wirklich. Die, ne, die übrigens im japanischen Original Bismarck heißt, ne, was ich, äh, sehr interessant finde. Ähm, weil die Japaner, äh, voll auf deutsche Wörter abfahren. Ich weiß immer noch nicht, wieso. Aber egal. Ähm, ne, dass das vielleicht damit ein Grund sein könnte, warum das jetzt nicht so unbedingt 100% deinen Geschmack trifft. Mhm. Ja, das ist gut möglich. Also so dieses übermäßige Helden-Krams mochte ich tatsächlich nicht so gerne. Also ich hab's ja eben grad auch schon reingerufen aus der hinteren Reihe so. Also auch He-Man mochte ich nicht wirklich. Auf der anderen Seite mochte ich aber zum Beispiel sehr gerne, äh, Thundercats. Oh ja. Das fand ich irgendwie wieder sehr cool. Aber da war's vielleicht auch für mich wieder so dieses etwas abgedrehtere Setting. Wobei Saber Rider das ja eigentlich auch macht mit dem Stilbruch. Ähm, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich kann's an keinem bestimmten Grund festmachen. Aber irgendeinen Grund wird's gehabt haben. Ich kenn's aber. Also ich kannte es damals auch. Ähm, ist jetzt nicht komplett an mir vorbeigegangen oder so. Nicht so wie Galaxy Rangers. Was ich an der Zeit eigentlich immer sehr, oder was ich damals sehr cool fand, ist, ähm, dass man von der Grundprämisse viele Cartoons hatte, die jetzt so quasi in die gleiche Richtung gingen. Du hast ein Team aus, ich sag mal, speziellen Charakteren, ne, die dann gegen das Böse kämpfen, ne. Du hast das jetzt, äh, wie gesagt, bei den Galaxy Rangers, bei Saber Rider, Thundercats, Silverhawks, ne. Das, äh, ne. Und allesamt, was die auch allesamt gleich haben, ist, die haben geile Intro-Songs. Ja, das auf jeden Fall. Die holen einen dann ja auch richtig ab. Aber das ist, finde ich, auch, also gerade die Intro-Songs von den genannten, also von diesen typischen, also ich finde, es sind oft schon Abklatsch-Serien. Da wird manchmal so das Setting ein bisschen geändert, aber ansonsten ist eigentlich alles gleich. Die Charaktere heißen anders. Also das ist sehr, sehr ähnlich. Das wollte ich damit sagen, genau. Kann vielleicht auch sein, vielleicht, weil ich davon schon ein paar Sachen kannte, dass mir das dann einfach zu viel vom Gleichen war. Mag vielleicht auch ein Grund gewesen sein. Ähm, aber ich finde, diese Intros von genau diesen Serien, die strotzen und triefen einfach nur 80er. Ja. Und 90er. Absolut. Also das ist wirklich, also das ist die Quintessenz dieser Zeit trieft aus diesen Soundtracks raus. Ähm, aber das ist geil. Also das ist wirklich, wirklich gut, ne, macht ja absolut Spaß, das zu hören und die fetzen auch heute noch gut was weg. Ja, das sind aber auch nicht nur die Cartoons, sondern auch die Realfilmserien, ne, also von daher, alles was so 80er ist, die hatten einfach geile Soundtracks. Ja, 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 also auch hier zum Beispiel das, ähm, na, wie heißt das, äh, Knight Rider Intro oder A-Team und so weiter, ne, das ist ja auch, das ist einfach, das ist einfach ein Brett. Also das ist natürlich für uns absolut dieser Nostalgiefaktor, aber ich glaube, dass, ähm, auch viele aus der heutigen Zeit, ähm, das gut finden würden, akustisch. Also die Serien, die würde sich heute wahrscheinlich keiner mehr wirklich gerne angucken, weil die vielen einfach viel zu langsam und langatmig und komisch erzählt sind, ähm, aber grundsätzlich, äh, so rein musikalisch von den Intros her würde sich das, glaube ich, heute auch noch, äh, jeder Zweite gerne reinziehen, weil es einfach, weil es einfach gut ist. Absolut. Gut, so hoffen wir zumindest. Ja, das war mein erster Eintrag. Wie sieht's bei dir denn aus? Was ist denn dein, äh, dein zweiter Guess auf der Liste? Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Save. Ach nee. Hatte ich schon. Ja, das stimmt. Ähm, ich mache weiter und zwar, ähm, für die nächste Vorstellung wird mir ChatGPT helfen. Aha. Habe ich mir einfach mal so überlegt. Ähm, ich habe ChatGPT gebeten, jetzt mal nebenbei, während du erzählt hast und ich dir gelauscht habe, mir eine kurze Zusammenfassung, äh, zu schreiben und, ähm, ChatGPT sagt Folgendes, ich werde dann gleich ergänzen. Gargoyles ist eine animierte Fernsehserie, die in den 1990er Jahren ausgestrahlt wurde. Die Handlung dreht sich um eine Gruppe von Gargoyles, mythischen Kreaturen, die nachts zum Leben erwachen. Ursprünglich beschützen sie ein mittelalterliches Schloss, werden jedoch von einem Zauberer verflucht und erst in New York der Gegenwart wieder erweckt. Die Gargoyles müssen sich an die moderne Welt anpassen und kämpfen gegen verschiedene Bedrohungen, während sie versuchen, ihren ursprünglichen Zweck als Beschützer wiederzufinden. Die Serie beinhaltet Elemente von Fantasy, Drama und Action. Ja. Ja. So sieht es aus. Ähm, Gargoyles. Ich glaub auf RTL damals oder so, keine Ahnung. Ähm, ist eigentlich auch alles egal. Sind, waren für uns damals tatsächlich alles so dieselben Sender. Man hat sich so durchgeskippt und hat einfach alles reingezogen, was man kriegen konnte. Ähm, ja, fand ich tatsächlich aus exakt, also erstmal vorab die Frage, kennst du? Kennst du? Kennst du? Kennst du? Ich hab's geliebt. Gargoyles fand ich großartig. Naja, guck ich jetzt im Moment tatsächlich nebenbei so ein bisschen. Ach geil. Wo kann man das denn sehen? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Achso, ah, Moment. Ich glaube, ich weiß das Problem. Netflix ist die Antwort. Ah, okay. Okay. Ich hab's auf Disney Plus gehofft oder so. Warte mal kurz. Ne, Moment. Es ist Disney Plus, meine ich. Aha. Weil ich meine Gargoyles war halt von Disney. Ja, ja, ne, müsste Disney Plus sein. Ja, ich komm da durcheinander. Ich switche so wahllos zwischen den Anbietern. Ne, es ist Disney Plus. Ja. Okay, alles klar. Genau. Also genau wegen dem genannten fand ich's tatsächlich auch gut. So diese Mischung aus Fantasy, Drama und Action. Als Kind hätte ich jetzt zwar niemals gesagt, oh, das Drama gefällt mir. Aber so diese, ja, auch diese emotionalen Schwierigkeiten, die die hatten, sich an die neue Zeit anzupassen und überhaupt so diese ganze Sache ist einfach eine spannende Sache gewesen damals, weil das für Kinder interessant gemacht worden ist. Und auch das fand ich durch dieses etwas düstere Grundsetting, fand ich's immer sehr spannend, weil das auch für mich gefühlt etwas für die größeren Kinder schon gewesen ist. So, so, ne, nicht so ein Baby-Cartoon, sondern was, wenn man sich was Cooles reinziehen wollte, dann hat man mal eben Gargoyles angemacht. Ja. Und auch ein cooles Intro und generell ein cooles Setting, so mythische Kreaturen. Das war ja schon immer was, was mich fasziniert und begeistert hat. Deswegen hatte die Serie das natürlich auch leicht, mein Herz zu gewinnen. Und, ähm, das ist tatsächlich wirklich so ein Must-Have-Ding irgendwie, was ich unbedingt gucken musste. Also, das war wirklich ein Ding, da war ich echt traurig, wenn ich das irgendwie mal verpasst hab oder so. Ähm, deswegen guck ich das im Moment auch grad mal wieder so ein bisschen, äh, weil ich da irgendwie Lust hab. Ich skipp auch hier und da einfach mal ein bisschen, was das Ganze hat ja drei Staffeln. Ähm, aber ich guck mich da im Moment so ein bisschen durch und es macht echt Spaß, da mal wieder reinzugucken. Ähm, was ich tatsächlich auch interessant fand und als ich jetzt so über, über meine Einträge für heute nachgedacht hab, fand ich das spannend, dass ich auf diesen Gedanken gekommen bin. Denn das zeigt wieder, dass ich auch damals schon so interessiert war an so Sachen wie Zeitreisen und, und so Unsterblichkeit und, und lange, lange Zeiten überdauern und so weiter. Sondern, dass diese, äh, mythischen Kreaturen so von ihrer damaligen Jetzt-Zeit ins heutige moderne New York sozusagen versetzt werden und sich so mit diesem Thema Zeit und, und wie viel Zeit vergangen ist auseinandersetzen müssen. Das war auch was, was mich damals als Kind schon fasziniert hat und das fand ich, wie gesagt, spannend, da nochmal so beim Nachdenken so drauf zu kommen auf diesen Gedanken. Weil ich irgendwie immer wieder merke, wenn ich über solche Sachen nachdenke, dass das ganz viele Sachen sind, die mich heute so faszinieren, die mich schon ganz, ganz lange begleiten thematisch. Sowas wie Zeitreisen, mythische Kreaturen, Paranormales und so weiter. Das sind Sachen, wo ich immer wieder so drauf stoße, dass das schon ganz, ganz lange bei mir so ist und das macht einfach Spaß, weil das so ein Thema ist, was sich bis heute gehalten hat. Und das ist total schön. Ähm, was mich auch immer noch begeistert hat an der Serie war, dass es so ein Ensemble aus mehreren Hauptfiguren ja gab, ne? Das waren ja im Prinzip die ganzen Gargoyles, die da die Zeit über dauert haben und dann hatten die natürlich auch noch Verbündete. Und das fand ich irgendwie gut und die haben alle so einen ganz eigenen Charakter, ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und ganz klar natürlich durch dieses, wir sitzen alle in einem Boot sozusagen, was die Gargoyles betrifft, hatten die ja auch immer dieses Thema, das Miteinander, Füreinander, Dasein, das Füreinander, Sorgen und so weiter. Ich höre mich übrigens ganz komisch bei dir im Hintergrund, vielleicht kannst du da noch was nachjustieren, das wäre nice. Okay. Genau, aber natürlich auch so Themen wie Vertrauen, Verrat, Freundschaft, so diese hochemotionalen Themen, ne? Also wem kann ich jetzt vertrauen? Da gab's, wenn ich mich richtig erinnere, auch nochmal so Sachen, dass das hier und da mal so ein bisschen Zwietracht gesät worden ist und so nach dem Motto, ah, warum bist du eigentlich nicht der Anführer und solche Sachen. Und das sind natürlich auch hochdramatische Themen, wenn's jetzt um so eine Gruppe geht, die total aufeinander angewiesen ist. Und das war für mich als Kind immer hochspannend. Also das war schon teilweise echt nervenaufreibend als Kind, weil das wirklich auch eine geliebte Serie von mir war, muss ich echt sagen. Also da hab ich wirklich mitgefiebert. Ja, das was du sagst, Gargoyles war ja mal was ganz anderes in dem Sinne. Entschuldige bitte mal kurz, ich muss mal gerade husten. Ah, irgendwie kratzt es im Hals. Nee, die Gargoyles waren für ihre Zeit unheimlich düster, wie du schon sagtest. Die hatten viel, nicht nur, ich sag mal, mit der Verbrechensbekämpfung, sondern auch sehr viel mit sich selber zu tun. Eben, wie du schon sagtest, dadurch, dass die Jahrhunderte in dem Fall überdauert haben. Und ja, war halt was ganz anderes. Und das fand auch ich persönlich sehr, sehr spannend. Also grundsätzlich die Prämisse auf Disney Plus ist es kurz zusammengefasst mit Und in Schottland verteidigen 994 nach Christus Goliath und seine Gargoyles und sein Gargoyles-Clan eine mittelalterliche Burg. In der Gegenwart kauft David Xanatos die Burg und verlegt sie nach New York City. Als die Burg angegriffen wird, werden die Gargoyles aus einem tausendjährigen Fluch geweckt. Und das ist eine spannende Sache. Also das ist schon echt ganz cool gemacht. Und das weiß ich nicht, das war auch für mich damals einfach was anderes, weil das so ein, ja das waren so Kreaturen, die man so noch nicht groß hatte. Also so Dinos und so weiter kannte man, Roboter und irgendwelche Aliens oder irgendwie sowas. Aber das war sowas, ja sehr bodenständiges eigentlich, weil es halt nichts krasses war. Es war einfach eine mythische Gestalt und damit hatte man einfach wenig zu tun. Und Gargoyles ist jetzt hier in unseren Breitengraden jetzt auch nicht unbedingt so, dass das Thema, also so in Deutschland, dass man das so kennt als Kind, also wir als Kind damals, war jetzt nicht so gang und gäbe, dass man sowas gekannt hat. Und deswegen fand ich das auch ganz cool, diesen Gedanken so, ja die werden zu Steinen, nachts erwachen die zu Leben und so weiter. Das hatte auch irgendwie was. Und das war ja auch immer so eine gewisse Verwundbarkeit. Auf jeden Fall. Tagsüber keine Chance. Da hätte ja theoretisch jederzeit jemand kommen können und die kleinkloppen. Ich weiß gar nicht, wie das in der Serie gelöst wurde, dass das nicht passiert ist. Wie gesagt, ich skippe immer so quer durch die Folge, habe das auch lustigerweise gar nicht ganz am Anfang angefangen zu gucken. Müsste ich eigentlich mal machen. Aber ja, keine Ahnung, das war für mich immer so eine Serie, wo ich sehr viel Spaß mit hatte und wo ich wirklich, wie gesagt, auch ein bisschen pissig war, wenn ich die nicht sehen konnte. Weil die, ja, das war halt auch einfach spannend. Und wenn du dann irgendwas verpasst hast, war es halt damals so, dann hast du die Folge verpasst und dann wusstest du halt einfach nicht, was passiert ist. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Die Geschichte hat ja dann mit jeder Folge so ein bisschen mehr aufgebaut. Das war, oder die Folgen standen selten für sich selbst. Das war selten abgeschlossen. Ja, und das ist so, also bei vielen Serien kannst du das ja wahllos austauschen und ich finde, das ist nicht so eine. Nee, absolut nicht, aber das ist nicht so eine. Nee. Also es funktioniert, ich bin nicht so eine. Nein, also das ist so, also bei vielen Serien wäre es egal, aber es gibt so Folgen, wo es schon Sinn macht, die möglichst vollständig zu sehen und ich finde, also für mich persönlich war es immer so eine Serie und ja, deswegen. Gut, wie sieht's bei dir aus? Was ist deine Nummer zwei auf der Liste? Ja, während du da schön ein wenig monologisiert hast, habe ich auch mal ChatGPT bemüht. Nachmacher. Ja, ich weiß. Und zwar, ChatGPT sagt zu meinem zweiten Eintrag, dass es eine animierte Serie, die von Walt Disney Television Animation produziert wurde. Die Serie wurde erstmals 1985 ausgestrahlt und lief bis 1991. Hast du schon ein Guess? Nö. Nee? Die Gummibärenbande besteht aus anthropomorphen Beeren, die sogenannten Gummibären, die in einer mittelalterlichen Fantasywelt namens Dunwin leben. Die Gummibären besitzen eine magische Substanz namens Gummibärensaft, die ihnen erstaunliche Fähigkeiten verleiht, wie zum Beispiel erhöhte Stärke, die Fähigkeit große Sprünge und die Fähigkeit große Sprünge zu machen. Die Beeren nutzen diese Fähigkeiten, um sich von den Menschen zu verstecken und ihre Geheimnisse zu bewahren. Ja, das hat ChatGPT mir zu Disneys Gummibärenbande genannt. Ja, kennt man auf jeden Fall die Serie, klar. Ja. Disneys Gummibärenbande, auch eine der ersten Cartoons, die ich überhaupt gesehen habe. Ähm, wenn nicht sogar der erste Disney-Cartoon, den ich, ähm, gesehen habe. Und, ähm, ja, früh kam da mein Fable für das Mittelalter, ähm, mitunter dadurch. Ne, nicht nur durch, äh, eine bestimmte andere Serie, über die du dich, äh, bei mir immer so ein bisschen lustig machst, weil ich ganz viel Spielzeug davon hatte. Ähm, ähm, und, ähm, ja, ich mochte diese, äh, mittelalterliche Fantasy-Welt sehr, sehr gerne, ne, mit den Bogen, ne, halt dieses typische, du hast Schloss Dunwin, ne, du hast das Schloss von Herzog Iggzorn, ne, dazwischen nehmen die Gummibären, äh, unter ihrem Baum, ne, mit den ganzen Schnelltunneln. Äh, das fand ich ja super cool, ne, einfach so von A nach B quasi in eine Art Achterbahn zu reisen, ne, ähm, das, das fand ich, äh, super witzig. Ähm, dann die verschiedenen Charaktere, äh, vor allem die Gummibären fand ich, äh, super cool. Wobei ich auch, äh, diese ganzen Monster von Herzog Iggzorn einfach super lustig fand. Also waren das das auch irgendwie so, so drachenmäßige Viecher irgendwie? Äh, nee, das, also ich, ich würd's eher als Ogre, also, ja, so Ogre mit langen Gesichtern. Ja, stimmt, ja, stimmt, diese, diese dümmlichen Ogre-Viecher, stimmt, ja. Ja, ganz genau, ne, und die hab ich auch, äh, super abgefeiert als Kind, ne, weil die halt so so ein bisschen dämlich waren, ne, so ein bisschen zurückgeblieben, sag ich mal, das, das, das fand ich, äh, halt, ähm, super lustig. Ne, dann hast du noch Toadward, äh, quasi, äh, der kleine Anführer dieser dümmlichen Riesen, ne, der so ein bisschen zu kurz geraten ist und Herzog Iggzorns rechte Hand. Ja, und, äh, wie gesagt, dann hattest du halt noch, äh, die Gummibären, ne, ähm, wo ich, äh, Graffi eigentlich am coolsten fand, weil der war einfach immer die ganze Zeit, äh, scheiße drauf. Immer, äh, immer, äh, am Meckern und das hab ich einfach gefeiert, ne, fand ich mega cool, ne, weil der, der war mal so so ein bisschen immer so der Grumpy Old Man, ne, das, das, das war so, ja, das willst du später auch werden, ne, einfach so Grumpy und, äh, scheiße drauf und nur am Nörgeln, ne, das ist ein richtig guter Deutscher. Naja, du bist jetzt offiziell ein Gummibär. Bitte? Du bist jetzt offiziell ein Gummibär, du hast dein Ziel erreicht, du bist grumpy, genervt, meckerst du überhaupt nicht? Ja, ja, ich, ich, ich vereine zwei Gummibären, ne, also, ich bin grumpy wie Graffi und, äh, hab die Auswüchse wie Tami, ne, bin, bin, bin so voluminös und, äh, ja, esse sehr gern. Okay. Wie sieht das bei dir aus, hast du sie, äh, früher auch geguckt oder eher weniger? Ja, gesehen, ja, ne Zeit lang auch recht viel, aber irgendwann, weiß ich noch, ist bei mir der Punkt gekommen, dass die mich einfach nur noch genervt haben, weil das dann irgendwie auch immer dasselbe war und irgendwie, irgendwann war mir das zu viel und auch zu viel gute Laune und zu viel, ha, 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 das war bei mir scheinbar irgendwo dann der Umbruch, wo ich dann angefangen hab, andere Sachen zu gucken. Kackholz zum Beispiel. Ja, weiß ich nicht, was da zuerst für mich kam oder so, weil, keine Ahnung, aber ich, ich weiß noch, dass ich irgendwann super genervt davon gewesen bin und das war halt zu einer Zeit, wo es ständig auf und abgelaufen ist. Ja. Ich hab nicht nur gehüpft, sondern auch gelaufen im Fernsehen und das, das hat mich super genervt, das weiß ich noch, also das ist wirklich eine feste Erinnerung in meinem Kopf, dass die Gummibärenbande mich irgendwann richtig abgefuckt hat, aber der Titelsong ist natürlich auch wieder super catchy, ne, der bleibt im Kopf und, ähm, den hat man natürlich auch das ein oder andere Mal gesummt und getrennert, klar. Ja, das sowieso, das sowieso, den kann ich immer noch auswendig, also von daher, äh, der ist mir über die Jahrzehnte im Kopf geblieben, ne, aber wie du schon sagtest, der ist auch super catchy. Aber, ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, warum Leute wie Charlie Harper, ähm, viel Geld mit Jingles schreiben verdienen, äh, das, das ist ja Ziel des Ganzen, ne, die Leute direkt abholen und direkt, direkt beim Intro zu fesseln und das ist natürlich Ziel des Ganzen und das funktioniert in der Regel ja auch sehr gut. Absolut. Müsste man eigentlich mal auch eine Folge drüber machen, so die nervigsten Serienintros oder so, irgendwas sowas in der Art haben, ja, die besten Serienintros haben wir schon mal. Ja. Ich weiß nicht, ob wir in dem Kontext auch über unsere, über so gehasste Serienintros gesprochen haben, weiß ich nicht, muss ich nochmal nachgucken im Mindcast-Archiv, nach so vielen Folgen hat man das irgendwann nicht mehr so ganz auf dem Schirm, was man alles schon so bequatscht hat. Oha, musst du wieder in den Keller und die ganzen alten Turmbänder rausholen. Ja, 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 die alten Beta 2000-Aufnahmen. Für alle Leute, die deutlich jünger sind als wir, äh, das war noch der Vorgänger von den VHS-Kassetten, die die Jüngeren von euch vielleicht auch schon nicht mehr kennen. Die Urgroßeltern der Blu-Ray. Was sind VHS-Kassetten? Ja, die Urgroßeltern der Blu-Ray mit DVD fange ich schon gar nicht mehr an, das las ich schon direkt aus. Na gut, ähm. Was ist dein dritter Eintrag? Wenn du zusätzlich zum Podcast auch gerne mal nerdige Video-Inhalte verschlingst, schau gerne mal auf unserem YouTube-Kanal oder auch bei TikTok vorbei. Links zu den Profilen findest du wie immer auf mindcast-podcast.de. Mein dritter Eintrag, das, ähm, ja, das ist so eine Sache, äh, da muss ich sagen, das ist einer der, äh, Punkte, wo ich sagen muss, ist, ist, ist auch so ein Ding, kennt auch jeder, hat jeder, glaube ich mal gesehen, der in der Zeit irgendwie fernsehtechnisch in dem Alter aktiv gewesen ist. Aber das ist ein Eintrag, wo ich sage, das deutsche Intro, also damals kannte man ja auch nur die deutschen Intros, ne, also jetzt als Erwachsener gesprochen, das ist eine der Einträge, wo ich das deutsche Intro deutlich cooler finde als das US-Original. Okay. Ähm, einfach von der Stimme her. Und zwar, und wenn ich das sage, wirst du schon wissen, worum's geht. Oh, ich hab jetzt, ich hab jetzt schon einen Guess. Ja, was denn? Ich glaub, ich weiß es. Was denn? Die Turtles? Ja, klar. Ja, klar, die Turtles. Das deutsche Intro, gesungen von Frank Zander. Ja. Äh, ein absoluter Klassiker der deutschen, ähm, Fernsehlandschaft, finde ich, dieses Intro. Hey, hier kommen die Hero Turtles. Weißt du, so dieses leicht kratzige in der Stimme, einfach mega gut. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles, super streikt der Hero Turtles, jeder kennt die Hero Turtles, immer auf den Hauern. Eine so einzigartige Stimme, finde ich, von Frank Zander. Ähm, passt wie Arsch auf einmal zu diesem ganzen Setting irgendwie, zu diesen, zu diesen, äh, ja, durchgeknallten Turtles irgendwie. Und, und, einfach, einfach richtig gut. Ähm. Ja, das, äh, das hat richtig Spaß gemacht. Genau, und, ähm, ja, für mich als Junge natürlich mega cool. Leute, die sich da aufs Maul hauen, so Martial Arts im Zeichentrick-Format, super gut. Dann einfach so ein, so ein, ja, ungewohntes Setting. Das sind jetzt Schildkröten, die durch irgendeine Mutation in, in der, im Abwasserkanal irgendwas da plötzlich, äh, ja, am Start sind und da ihre Abenteuer erleben. Ähm, angeleitet von einer Sensei-Ratte. Äh, Master Splinter. Und, ja, weiß nicht, das hatte irgendwie was. Und, und, es hat natürlich auch so typische Kinder- und Jugendprobleme irgendwie so ein bisschen angesprochen, sag ich mal, ne. So dieses bockig sein, rumzicken und auf der anderen Seite aber auch so dieses sich aufeinander verlassen können und, und zusammenhalten und so. So was, was so typische Kinder-Themen sind einfach. Und das war ja so ein bisschen, Master Splinter, ihr, ihr Lehrer und Meister sozusagen, äh, hatte da so ein bisschen die Elternrolle. Und die Turtles waren einfach die kleinen, bockigen Kinder, die immer irgendwie so ein bisschen machen wollten, was sie wollten. Das meistens auch irgendwie gemacht haben. Aber dann doch irgendwie die coolen Helden waren, die das Böse bekämpft haben, ne. Mit ihrem klassischen, auch sehr gut passenden, finde ich, äh, Hauptbösewicht-Schredder, ja. Ähm, mit dem sie natürlich immer wieder aneinander geraten sind. Gab auch natürlich auch noch andere hier, wie, wie hieß dieses komische, äh, Gehirn in dem, äh, Körper drin. Und hier krang oder kann, wie Ich hätt gern mal den, äh, äh, wie nennt sich das noch mal, den Synchronsprecher, ne, äh, von Krang mal gern gesehen, wie er das macht, ne. Weil der, der hat ja immer so, nö, nö, so, so, solche Geräusche dabei gemacht. Ja, müsste man mal auf die Suche gehen, ob's davon Clips gab. Aber zu den damaligen Zeiten wurde sowas ja noch nicht so wirklich produziert, glaub ich. Denk ich auch. ja, also das hat mir einfach immer Spaß gemacht, also wie du schon gesagt hast eben so, das hat Spaß gemacht also das war so ein Ding, wenn das irgendwie lief das war jetzt auch glaube ich nichts, was ich so aktiv angesteuert habe, aber immer wenn ich das irgendwo gesehen habe musste ich auf jeden Fall dabei bleiben weil das, ja da war immer irgendwie was los, das war immer pures Chaos, auch diese Wildschweine hier wie hießen die, Bebop Rocksteady und Bebop Bebop, ja ich wusste gar nicht mehr das Ende Bebop wusste ich noch, aber Bob wusste ich nicht mehr Bebop und Rocksteady irgendwie fand ich auch geil, so rockige Wildschweine, Warzenschweine irgendwie das hatte irgendwie was so eine Mischung aus Alien und man kennt's irgendwie doch noch, so bekanntes und Alien-mäßiges gemischt das war eine coole ja, eine sehr, sehr schöne Mischung irgendwie und das hat mich immer sehr begeistert also da hatte ich immer sehr viel Spaß mit und das war auch eigentlich egal das war für mich zum Beispiel so eine Serie da musstest du nicht unbedingt am Stück die Folgen gucken, das war auch ja, ich weiß nicht, ob es da eine übergeordnete Story gab, ehrlich gesagt aber da konntest du einfach auch mitten rein zappen irgendwie und konntest der Story noch folgen, das war wirklich sehr, sehr seicht inhaltlich und ich fand's immer schön, dass die ja, dass die einfach diese Probleme mit sich gebracht haben und die auch untereinander diese Probleme hatten und es gibt ja so diese Thematik warum die Turtles ihre entsprechenden Waffen bekommen haben und kennst du das? nee, tatsächlich nicht es gibt so ein also es gibt so eine Idee dazu dass die ihre Persönlichkeiten reflektieren sie haben die Waffen ja von Splinter bekommen aber nicht im Sinne von es passiert es passt zu ihrer Persönlichkeit, sondern es ist sozusagen der Gegenpol zu ihrer Persönlichkeit so, also dass der, der total impulsiv ist und so weiter, dann im Prinzip die Waffe bekommt, dass die wo er sehr gezielt und fokussiert mitarbeiten muss also sozusagen ein Gegenpol zur eigenen Persönlichkeit um die auszugleichen und sozusagen auch als Lehrmittel das fand ich immer eine ganz, ganz coole Theorie irgendwie weil man dann das Ganze nochmal so ein bisschen anders sieht tatsächlich und wenn man sich das mal durchliest, dann passt das tatsächlich also das ist wirklich so ein Gegenpol scheinbar zu den einzelnen Charakteren und das fand ich irgendwie eine coole Idee das habe ich damals natürlich alles nicht auf dem Schirm gehabt aber so im Nachgang nochmal so drüber nachzudenken ist auch ganz cool und da merkt man manchmal auch dass da irgendwie oftmals auch viel mehr drin steckt als man damals als Kind natürlich bewusst wahrgenommen hat das sind hier und da dann vielleicht Sachen die mal so unterbewusst einfließen aber ich finde das schön weil das zeigt an vielen Stellen auch einfach dass die also dass diese ganze Thematik Comics Cartoons und so weiter auch damals schon deutlich komplexer war als es vielleicht unbedingt so in der breiten Masse angekommen ist und das ist auch heute ja oft noch Diskussion ist das jetzt Kunst oder kann das weg ist das was für Kinder ist das eher für Erwachsene sobald es gezeichnet ist ist es in Deutschland ja oft immer noch so dass es automatisch für Kinder klassifiziert wird bis sich dann jemand beschwert weil Köpfe rollen und das sind einfach so Sachen die einfach zeigen dass auch damals sich schon hier und da mehr Gedanken gemacht worden sind und wenn es vielleicht auch nicht so ja populär nach außen getragen worden ist steckt da oft eine ganze Menge mehr drin und das finde ich ganz cool als Kind hat man sowas dann eher unterbewusst ein bisschen mitgenommen natürlich aber ich finde schön dass das dann nicht nur so platte Sachen da gewesen sind natürlich ist das leichte die seichte Unterhaltung steht natürlich ganz klar im Vordergrund aber ich finde schön dass man sich da auch immer so ein bisschen mehr rausziehen kann und ich glaube das sind oft auch die Momente warum man solche Serien dann auch über viele Jahre später noch wertschätzen kann irgendwie ja kann ich absolut mit connecten die Turtles habe ich auch tatsächlich sehr sehr gerne früher geschaut nicht zuletzt eben wegen dieser Martial Arts Geschichten und weil das halt so ein schönes Ding ist was man nebenbei mal snacken konnte also das fand ich halt sehr schön es war seichte Unterhaltung ja kennst du Oroku Saki nein sag mir nichts das ist der echte Name von Schredder Oroku Saki das nochmal so als kleinen Funfact eingestreut für die die es nicht wissen Oroku Saki interessant wusste ich tatsächlich nicht wurde wahrscheinlich in der Serie mal genannt aber dann habe ich es auch nicht mitbekommen ich weiß es nicht ich bin nicht auch erst bei der Recherche drauf gestoßen als ich mir wieder so ein paar Infos dazu durchgelesen hatte war einem als Kind glaube ich aber auch komplett egal das war für jeden und ist auch heute für jeden einfach Schredder 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 ja 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 Judi 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 was hast du uns denn noch mitgebracht Christian ja als nächstes habe ich eine Serie mit mitgebracht die vielleicht nicht ganz so bekannt ist und auch generell so eher unter dem Radar geflogen ist aber auch eine meiner favorisierten Serien wurde die ich wirklich unter allen Umständen immer schauen wollte wenn sie lief und zwar die 6 Millionen Dollar Familie adias Bionic 6 Ah ja Klassiker halt auch wieder die Prämisse du hast eine Familie die von einem Wissenschaftler mit bionischen Komponenten ausgestattet wurde dementsprechend haben die alle dann verschiedene Fähigkeiten wie Superstärke Telekinetik dann jemand mit einer Superintelligenz den Martial Arts Fighter und so weiter und ja das war für mich mal so ein bisschen was anderes auch dass es nicht nur so war dass diese Familie gegen das Böse gekämpft hat sondern auch man immer mal wieder so ein paar Ausschnitte aus dem ich sag mal Familienleben hatte da da kommt man auch so ein bisschen reinschauen und dann die Beziehungen untereinander in dieser familiären Struktur das fand ich halt immer super interessant und auch ja die Action kam nicht zu kurz es war auch wieder leichte Kost ganz viel Zerstörung ganz viele Explosionen war ich ja sowieso generell ein richtiger Fan von wenn irgendwo viel passiert ist da hast du mich eigentlich recht schnell mitbekommen und ja da hatte ich als Kinder natürlich auch super Spaß dran wie gesagt ich hatte nur das Gefühl dass es tatsächlich sehr viel unter dem Radar geflogen ist zum Beispiel hatte ich auch versucht zu schauen ob ich diese Serie irgendwo nachkaufen kann auf DVD Blu-Ray oder irgendwie sowas das gibt es aber tatsächlich gar nicht du kannst es nirgendwo kaufen und streamen kannst du auch nur ein paar ganz vereinzelte folgen was ich irgendwie ein bisschen sehr schade fand weil ich glaube diese Serie oder für mich persönlich hätte diese Serie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hast du sie damals gesehen oder ist das auch so bei dir vorbei auch eher vereinzelt aber ja hier und da ging das schon klar also jetzt so wie du am Anfang gesagt hattest ich würde es eher neutral betrachten würde ich jetzt auch so in dieselbe Schiene packen wie eher so Thundercats oder so das war mir dann auch manchmal ein bisschen zu normal schon fast wieder so dieses klassische Superhelden Ding ja aber war okay war okay ist jetzt kein favorite von mir gewesen großartig aber konnte man durchaus mal sich angucken ja ja und wie ich schon sagte es ist wirklich schade dass es heutzutage davon kaum noch was gefunden werden kann das finde ich ein bisschen traurig aber gut kann ja nicht alles so ich sag mal großer kommerzieller Erfolg sein von daher ist das leider so ja dann wäre ich auch mit dieser Ausführung fertig was hast du denn noch als nächstes auf der Liste ich habe was relativ kurz und knackiges dabei was auch ein bisschen in eine etwas andere Richtung geht und mir deswegen wahrscheinlich auch wieder sehr gut gefallen hat und zwar spreche ich von Graf Dacula kennst du das oha oha Dacula sehr cool ja Graf Dacula äh britische Zeichentrickserie aus den späten 1980er Jahren und als Hauptfigur ja der namensgebende Graf Dacula eine vampirische Ente und ganz im Gegensatz zu so den traditionellen Vampirdarstellungen die man als Kind schon kannte und auch heute noch kennt haben wir hier eher so einen ja einen humorvollen und tollpatschigen Charakter der auch irgendwie eigentlich gar kein wirkliches Interesse an Blut hat der möchte nämlich lieber Ruhm und Reichtum und in der Serie folgen wir so ein bisschen den Abenteuern von dem Grafen selbst Graf Dacula und gesprochen übrigens im Deutschen von Ilja Richter dürfte man auch kennen als Schauspieler und Synchronsprecher den kennen sogar meine Eltern noch mit Sicherheit sogar ähm und ja das ja keine Ahnung also mochte ich sehr sehr gerne weil es einfach ein bisschen ein bisschen was anderes war der hatte ja immer ähm seine seine Bediensteten sozusagen dabei ähm wie heißt sie nochmal äh hier Igor sein treuer Diener Igor und ach Gott wie hieß die äh andere Tante nochmal äh das fällt mir auch nicht ein Emma genau Emma ach Emma okay ja gesprochen von Hartmut Neugebauer übrigens ähm ähm und äh einer der Hauptgegenspieler sozusagen von Graf Dacula war Doktor von Gänseklein der wurde von niemand anderem gesprochen als Jochen Busse oh okay auch ein Name den man als deutscher Fernsehguckender definitiv kennen sollte ja und ja das ich weiß das ich muss es wirklich wieder sagen das hatte für mich einfach so dieses das ist mal was anderes Gefühl so das es hatte so ein Touch von Entenhausen so dieses typische Entenhausen Feeling ähm aber so in Richtung Mystery Soft Horror weil natürlich immer so ein bisschen so so ganz 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 seichte Horror Elemente natürlich eingestreut wurden ne weil es einfach so ein bisschen dazugehört zu diesem vampirischen Setting aber absolut für Kinder geeignet so absolut witzig und tollpatschig und irgendwie da hat auch nie irgendwas so richtig funktioniert und das war einfach witzig locker entspannt und man konnte das einfach richtig gut weggucken und ich weiß noch dass ich davon damals im Urlaub immer irgendwie so ein Hörspiel gehört habe ich weiß gar nicht ob ich mehrere davon hatte ich kann mich nur noch an ein Hörspiel erinnern wo er und das war auch so ein Element der Serie dass sein Schloss in dem er gelebt hat sich teleportieren konnte also er war halt mit dem Schloss auch immer wieder mal unterwegs an anderen Orten und ich kann mich an dieses eine Hörspiel erinnern wo er Urlaub in Frankreich gemacht hat und dann irgendwie in Paris gewesen ist und dann ging es ich weiß nur noch ganz grob ging es irgendwie drum dass ihm jemand den Eiffelturm verkaufen wollte oder irgendwie irgendwas war da mit Eiffelturm verkaufen ich weiß es nicht mehr aber da habe ich noch ganz gute Erinnerungen dran dass ich das sehr gerne im Urlaub gehört habe ich weiß aber nicht ob ich die Kassette immer rauf und runter gehört habe oder ob ich mehrere hatte das weiß ich jetzt nicht mehr aber mochte ich auf jeden Fall sehr gerne und kann ich mich jetzt auch gut ich sag mal so rund 30 Jahre später oder so noch wirklich gut dran erinnern dass ich da sehr viel Freude mit hatte natürlich nicht an viele Details ich weiß auf jeden Fall dass ich die Stimmen sehr mochte weil auch die Stimmen sich nach meiner Erinnerung doch sehr abgehoben haben vom Einheitsbrei damals so meine Erinnerung zumindest und vielleicht kann man auch da schon wieder so ein paar rote Fäden entdecken die mich so bis heute begleiten ich habe auch damals schon sehr auf diese stimmlichen Details geachtet auf so Feinheiten wie Soundtracks und so weiter also das hat mich immer schon irgendwie so ein bisschen gekriegt deswegen merke ich das immer wieder dass solche Besonderheiten dann immer mir besonders im Gedächtnis geblieben sind besonders positiv meistens und das ist irgendwie schön das macht mich glücklich und zufrieden muss ich sagen ja hattest du Kontakt mit Graf Dacula ja hatte ich leider allerdings nicht viel aber was daran für mich noch ein bisschen besonders war ich hatte irgendwann mal ein Brettspiel tatsächlich von Graf Dacula da kann ich mich noch ganz gut rein erinnern ist aber auch schon ewig 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 dass ich das ganz gerne gespielt habe deswegen musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln als du Graf Dacula erwähnt hast weil da ploppt es direkt wieder diese Bilder in meinem Kopf auf von dem Brettspiel ah ja okay ich habe auch noch in Erinnerung dass ich das Intro immer ziemlich cool fand das weiß nicht werde ich mir gleich nach der Aufnahme irgendwie nochmal reinzwiebeln weil das das habe ich tatsächlich vor der Folge jetzt nicht mehr gemacht aber ich habe gerade so im Kopf die Erinnerung dass ich das Intro aus irgendeinem Grund cool fand und da muss ich jetzt nochmal nachforschen warum das so war ich glaube weil das so ein bisschen so ein bisschen gerappt ist meine ich gerappt uff das sagt meine Erinnerung jetzt irgendwie nicht ich habe irgendwie nur noch eine Orgel im Kopf vielleicht war es das musikalische was mich da so irgendwie fasziniert hat weiß ich nicht Orgel würde zumindest passen gerappt weiß ich jetzt nicht naja können wir uns ja vielleicht nach der Folge mal zusammen anhören dann sind wir beide schlauer was hast du noch was hast du noch ja ich habe nochmal eine Serie die so ein bisschen vermutlich unbekannter war von den Filmation Studios wo viele meiner Lieblings Cartoons sogar herkommen als wenn ich wüsste von welchen Studios das damals gemacht worden ist bitte als wenn ich wüsste von welchen Studios das damals gemacht worden ist als wenn man als Kind drauf achten Filmation Studios ja ja aber als wenn ich das jetzt zuordnen könnte was ich damals von welchem Studio geguckt habe das weiß ich doch als Kind keine Ahnung ja ich muss auch die Filmation Studios nennen weil von dieser Serie gab es recht viele Versionen und die von Filmation hat mir somit unter am besten gefallen und zwar rede ich von den Ghostbusters ah allerdings die Version wo die Ghostbusters zu dritt waren und einer davon war ein Gorilla what okay scheinbar kennst du diese Version nicht also meine Erinnerung sagt gerade ganz klar nein also vielleicht habe ich es mal gesehen aber das äh hä was okay ähm und zwar äh war das so ein bisschen äh klamaukartiger äh die Ghostbusters in dem Fall ein bisschen ach was echt das wo sie zu dritt sind und ein Ghostbusters ein Gorilla war das war klamauk Mensch da hast du mich jetzt aber überrascht Christian ja ja dachte ich mir schon äh ne im Prinzip geht es um äh Jay Kong und Eddie Spencer ne mit dem äh Gorilla Tracy ne ähm wie gesagt das ist äh prinzipiell wie die original Ghostbusters halt nur in reduzierter Besetzung ähm da sind halt Details so ein bisschen geändert ne das Auto äh was eigentlich äh Ecto 1 ist äh ist auch so ein ich sag mal 20er Jahre Auto wie man sich so vorstellt ne ähm was allerdings auch äh sprechen kann ne klar ähm und Slimer wurde äh damals durch eine Fledermaus Balfrey äh ersetzt ne ähm ja das das Ding war äh wirklich total abgedreht und ich habe es echt geliebt weil es eben so so ganz anders war als äh die die Ghostbusters die man eigentlich kannte mit der Viererbesetzung ne die klassische und äh ja die die war halt so ein bisschen die die hat alles irgendwie so ein bisschen anders gemacht ne ähm nicht weniger äh gruselig nicht weniger Mystery-lastig ne äh mit deutlich mehr äh ja ich sag mal Blödsinn da drin ne und äh das das war das was ich äh an der Serie geliebt habe eben weil sie so komplett anders war beziehungsweise die Ghostbusters genommen hat ne und in ein komplett neues Gewand gesteckt hat ne deswegen das das mochte ich unheimlich ne aber wie ich gemerkt habe ist das komplett an dir vorbeigegangen das ist komplett seltsam und äh auch jetzt beim näheren drüber sprechen habe ich da keine Erinnerung dran das habe ich definitiv nicht gesehen das ne und wenn dann habe ich wahrscheinlich irritiert weitergeschaltet weil ich mir gedacht habe der Titel der Serie passt nicht zu dem was ich da sehe das kann nur falsch sein ja ganz verrückt ne wie gesagt ich ich mochte es unheimlich äh gerne ne weil das äh richtig 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 geil war richtig 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 merkwürdig was du dir alles so reinziehst ja ja ich ich sehe mir nicht die ganzen 0815 scheiß an ne ich mag diese besonderen Serien die die aus der Masse herausstechen ja ja besondere Serien für besondere Zuschauer ganz genau meine Mama hat gesagt ich bin besonders ja vielleicht lief die vielleicht kenne ich das auch einfach nicht weil die nur bei dir im geschlossenen Flügel lief keine Ahnung also vielleicht war es so eine Therapiesendung oder so keine Ahnung ja ganz komisch ja weiß ich nicht okay cool ne aber schön wenn du Spaß damit hattest ähm what the fuck also ich ich stelle mir halt gerade diesen Prozess vor du hast die Ghostbusters so wie man die Ghostbusters kennt aber also so wie ich es verstanden habe es war schon auch so es sollten auch so Ghostbusters sein also es war jetzt nicht eine Serie die einfach auch nur so hieß sondern das basierte schon auf derselben Grundlage ja genau okay weil dann stelle ich mir diesen Prozess einfach total weird vor so ja hier komm wir haben noch hier äh Egon und so weiter ähm die sitzen in ihrer Feuerwehrzentrale und bekämpfen dann Geister und so weiter die leben in New York und hm alles klar und so weiter lass uns da nochmal was anderes machen dann sitzt da so einer ja okay ähm also pass auf der eine das ist gar kein Mensch den machen wir zu nem Gorilla und dann saßen da Leute mit am Tisch die haben gesagt geile Idee das machen wir hä ja das hast du mit vielen Serien ne du brauchst auch einfach mal eine Serie die einfach fernab jeglicher ich sag mal aber diesen Gedankenprozess jeglichen Standarddenkens ist weißt du von sowas mag ich es ja so eine Art Making of oder so zu sehen oder irgendwie so ein Regiecommentar also so ein Directors Commentary oder irgendwie sowas ne wo du dann so diesen Prozess erklärt bekommst wie ist es dazu gekommen so dieses also warum ist es dazu gekommen ja warum ist wahrscheinlich die bessere Frage noch aber diesen Prozess zu verstehen das fände ich halt total spannend irgendwie es ist schon echt merkwürdig okay aber cool ist auf jeden Fall ein bisschen das Außergewöhnlicheres würde ich mal behaupten das kann man denke ich einfach mal so sagen ist schon richtig merkwürdig irgendwie strange 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 aber gut aber gut wäre es okay wenn ich meinen letzten Platz auch direkt nenne weil es tatsächlich von den gleichen Studios ist hau raus da sind wir doch heute nicht so alles klar und zwar mein letzter was ja nicht ganz nicht ganz ne aber es hat auch wieder ein episches Intro und ich habe damals jede Menge Spielzeug davon besessen oh ich habe da so eine Idee ich glaube auch dass du die richtige Idee hast hat es mit einem Schloss und der Farbe Grau zu tun genau das also wir reden falls ihr es noch nicht schon gemerkt habt von E-Man E-Man genau E-Man ich frage mich immer noch wer damals auf diese komische Idee gekommen ist mit dem Namen heute zeitgemäß würde er sich nennen He-Him-Man oder He-Him-His ja genau weiter und ja da sind wir wieder so bei diesem mittelalterlichen Setting mit Science-Fiction-Einflüssen was mich ja natürlich sofort gepackt hat He-Man als der allumfassende Superheld der Skeletor einfach in seine Schranken weist mit seinem Gefolge treuer Leute um sich herum die er Freunde nennt ich würde sagen sie waren seine Sklaven mehr oder weniger auch wenn er für den König gearbeitet hat ja war halt ich glaube die Lieblingsserie die ich damals hatte nicht zuletzt auch wie gesagt dadurch dass ich auch oder dass man sehen konnte dass ich das ganze Spielzeug besessen habe gefühlt alles alles auch Castle Greyskull das wissen fleißige Hörer das Mindcast schon und ja das damit bin ich glaube ich quasi in das Zeichentrick Serien Genre überhaupt rein gekommen He-Man war ja das Go-To für mich das war die erste Droge die ich je hatte was Zeichentrick anging und ich habe einfach auch dieses Setting geliebt ich fand Skeletor war ein super geiler Bösewicht ich glaube ich hatte auch so einen kleinen Crush auf Evelyn seine Rechte ich dachte auf Skeletor ja auch auf Skeletor natürlich ne hallo wer wer würde nicht auf ich sag mal ein Skelettgesicht im Ländenschutz stehen schön mal den Oberschenkelknochen polieren ja aber richtig wenn er denn einen hat die hat er ja nicht freiliegend er hat tatsächlich einen muskulösen Körper also er war jetzt nicht ganz Skelett nur das Gesicht na gut ne und es hat mir einfach super gut gefallen hast du es eigentlich damals geguckt ich glaube das habe ich dich noch nie gefragt ich habe ja vorhin schon gesagt so He-Man und so war nie so meins ja aber ja klar habe ich hin und wieder mal gesehen war aber nichts wo ich besonders ja fasziniert von gewesen bin also hat mich nicht hat mich nicht so sehr abgeholt ja aber hast du eigentlich den Netflix Reboot von He-Man gesehen ne gar nicht also hatte ich auch gar kein Interesse dran wie gesagt weil auch die die Grundversion also da hatte ich jetzt nicht so den Nostalgie Faktor dass ich sagen muss oh cool die legen das neu auf so das war einfach nur oh He-Man wow ja ich war gehypt ja ja deswegen ja kam ja wohl auch gar nicht so gut an weil gar nicht so viel He-Man drin gewesen ist wohl so wie ich gehört habe ja ja sondern mehr so ach wir wir bendien uns des Namens und machen dann ein bisschen was anderes mit bekannten Charakteren so ein bisschen ja keine Ahnung mir ist es egal wer Spaß dran hat ist super meins war es nicht ja was ist denn dann deine letzte Zeichentrickserie für heute da habe ich noch einen absoluten Klassiker mitgebracht und zwar The Amazing Spider-Man und da kann ich nur sagen es ist halt einfach fucking Spider-Man Spider-Man geht immer Spider-Man ist cool witzige Sprüche coole Kämpfe abgedrehte Gegner wie man das so vom Marvel-Universum kennt ob es jetzt die große Sanddüne ist die durch New York wütet oder der grüne Goblin der mit irgendwas um sich schmeißt oder Tentakel Otto da kann man kann man immer was mitnehmen irgendwie es macht immer Spaß und ich fand es einfach cool so diesen Vibe zu haben der Typ aus der Nachbarschaft der coole Spidey von nebenan quasi der einen irgendwie immer so zu sich connecten ließ also man hatte irgendwie immer so dieses so ja klar der Typ von nebenan halt einfach so also dieses Neighborhood Spidey Ding das kam in den Serien früher also gab es ja auch verschiedene Zeichentrickserien kam da immer schon gut rüber und ich mochte das einfach super gerne habe ich sehr gerne geguckt das war für mich auch immer so eine richtig schöne Mischung aus Action und Humor und das ja kam einfach immer gut für mich an und ich weiß dass es also ich möchte einfach mal behaupten dass das nicht umsonst einer der beliebtesten oder der beliebteste Marvel Charakter seit ja eh und je gefühlt ist und der führt ja sämtliche Toplisten von beliebten Charakteren an bei Marvel wird nicht umsonst wie nix vermarktet irgendwie und es kommt einfach gut an das ist natürlich auch ein Charakter der bei Kindern gut ankommt es ist auch einfach so dieses Ding das ist einfach mal nicht der erwachsene Superheld oder sonst irgendwas das ist einfach ein eher jüngerer Charakter auch das spricht natürlich auch viele an und dann diese Mischung aus ja cool drauf sein Kämpfe auch sehr coole Superkräfte einfach er ist super stark ist super agil und kann auch einfach so an Wänden rumklettern und rumschwingen und ist einfach cool so also da gibt es eigentlich nichts was man nicht mögen kann ja das stimmt das stimmt was ich ja mochte waren halt diese die Sprüche die er mal zwischendurch rausgehauen hat das fand ich sehr cool also das ist ja auch was 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 mir bei den neueren Spider-Man Spielen jetzt immer super viel Spaß gemacht hat Spider-Cop ist auf der Jagd und solche Sachen bei den Playstation Spielen das mochte ich auch immer sehr gerne und das passt einfach super gut das passt wie Arsch auf einmal zum Charakter und auch so selbst wenn er total in der Klemme steckt irgendwie noch so einen Kessenspruch auf den Lippen haben das ist einfach super das hat immer gut gepasst und fand ich richtig gut macht mir einfach Spaß und ich glaube Spider-Man ist auch so ein Ding wer die Hero Turtles geguckt hat oder so der wird auch Spider-Man geguckt haben und andersrum das sind einfach so Sachen die die ja passen einfach gut zu Kindern in dem Alter das hat man immer gerne geguckt und ich kenne auch keinen der das nicht mochte so also wenn man grundsätzlich was mit diesem Thema anfangen konnte dann gab es da eigentlich nur Fans von also ich kenne wirklich keinen einzigen Mensch der sagt boah Spider-Man finde ich aber kacke nö kenne ich auch nicht also Spider-Man war seit jeher einer meiner Lieblings Marvel Charaktere und ja ich habe die Zeichentrickfilme damals auch geschaut es gab ja mehrere Versionen unter anderem auch Spider-Man und seine Freunde damals mit Firestar und Iceman die habe ich unheimlich gerne geguckt ich glaube die sind sogar tatsächlich aus Ende 70er Fragezeichen 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 aber ja hat mir auch unheimlich viel Spaß und Freude bereitet war genau mein Ding ja ich weiß nicht also es ist so also keine Ahnung es ist einfach so ein Ding was man sich immer reinziehen kann und es funktioniert gut auch da natürlich so Folgen die man einfach ganz unabhängig voneinander gucken kann aber dann doch immer wieder auch so diese etwas übergeordnete Story so dieses ja ich muss jetzt hier irgendwie beim Daily Bugle noch Fotos abliefern und keine Ahnung immer so dieser Konflikt zwischen echtem Leben und Heldenleben das war ja bei Spider-Man auch immer schon ein Thema und weiß ich nicht das hat für mich immer gut funktioniert und das ist so eine Serie die würde ich auch heute mir immer noch wieder reinziehen und auch bei diesem ganzen Marvel-Überschuss mittlerweile finde ich tatsächlich die Spider-Man-Sachen auch immer noch mit am besten also das sind auch die also es gehört zu den wenigen Filmen aus dem MCU also wenn wir jetzt mal bei echten Filmen bleiben also echte Filme in Anführungszeichen also Realverfilmungen wenn man so nennen möchte die ich mir immer wieder mal angucke tatsächlich also die meisten Marvel-Dinger die habe ich mir ein, zwei Mal angeguckt und das war es dann aber die gucke ich mir tatsächlich immer wieder mal an und macht auch immer wieder Spaß also ist echt gut ich muss auch sagen die Filme mit Tom Holland als Spider-Man finde ich auch wieder super super gut gelungen auch der letzte der rauskam wo die anderen beiden Spider-Man-Darsteller dabei waren habe ich mega gefeiert ja das war ja natürlich auch Fanservice par excellence ja absolut also spätestens als na wie hieß er gleich noch der erste oh Gott Andrew Garfield war der zweite wie hieß er oh Gott genau ich komme auch nicht drauf scheiße oh Gott ey ey es kann doch nicht sein alter Andrew Garfield wieso habe ich Tobey Maguire oh Gottes Willen Maguire genau wo er dann so im Film war so oh mein Rücken und so weißt du weil er auch nicht mehr der Jüngste ist das fand ich einfach großartig es war so gut gemacht und es gab ja sogar eine Szene wo sie dieses Spider-Man-Meme quasi reproduziert haben das fand ich ja auch sehr lustig ja wo die alle gegenseitig auf sich gezeigt haben ja ja also das das war wirklich großartig das fand ich richtig gut ja gut das war es von meiner Seite aus hast du noch irgendwas dieser tollen Folge hinzuzufügen nö eigentlich nicht natürlich sind da noch so ein paar Sachen auf meiner Liste die noch offen sind aber vielleicht machen wir auch irgendwann noch mal einen Teil 3 dann würde ich das dafür lassen in zweieinhalb Jahren genau ja also wenn ihr Lust habt schreibt es gerne über unser Feedback-Formular auf mindcast-podcast.de oder über diverse Social Media Kanäle kommentiert es wenn die Folge auf YouTube irgendwann hochgeladen wird und so weiter und so fort ihr wisst wie ihr uns erreichen könnt oder schreibt uns eine Mail an christian at mindcast-podcast.de oder marcus at mindcast-podcast.de ihr habt mehr als genug Möglichkeiten uns zu erreichen nutzt sie gerne und dann führen wir uns euer Feedback auch gerne zu Gemüte ja das war's ab in die Tüte bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020